Was würdest du tun? Was würde jeder von euch dafür tun? Würdet ihr dem Irrsinn trotzen? Und den grausigen Untiefen am Ende der Welt? Um den Einmaligen... ...Jack zurückzuholen. Wer von euch wollte mich retten, weil er mich vermisst hat? Es gab eine Zeit, als Piraten ein freies Leben führen konnten. Aber diese Zeit neigt sich dem Ende zu. Warum sollte ich euch mitnehmen? Vier von euch wollten mich schon umbringen. Eine hat's geschafft. Unsere Feinde haben sich verbündet und wollen uns vernichten. Ihr könntet kämpfen und werdet doch alle sterben. Die Piratenfürsten aus Nord-, Süd-, Ost- und West... ...willkommen in Singapur... ...müssen sich verbünden. So ein Pakt wurde noch nie zuvor geschlossen. Jetzt schulde ich ihnen noch mehr Geld. Das mit uns beiden wäre nie gut gegangen. Dreh dir das ruhig ein, Daniel. Sie wissen, sie sind im Untergang geweiht. Die einzige Frage ist, wo sie untergehen werden. Hahahaha! Willst du mich heiraten? Das ist jetzt kein passender Zeitpunkt! Sie sind verrückt! Gott sei Dank! Sonst würde das hier nie klappen! Sie sind verrückt! Sonst würde das hier nie klappen! Ich bin so ein bisschen durchgebracht, das ist jetzt schon ein, Daniel! Wenn ihr rechtfertigt,